Die Abfahrt in Kitzbühel ist das schwerste und gefährlichste Rennen der Welt. Deshalb dürfen hier nur die absoluten Profis runterfahren. So wie wir. Kannst du dich mal kurz hinlegen, ja? Warum liegst du hier? Gewinnt die Schweiz oder gewinnt Österreich auf der Streif? Die Österreicher. Falsch. 85% Gefälle, das gefällt mir. Also es ist halt funny, weil es ist ein Wortspiel. 85% trinke ich normalerweise im Alkohol. Wir sind jetzt beim Steilhangen. Eine einfache Piste, halt einfach. Oh, okay. Ich sehe jetzt hier das Problem nicht. Am Sonntag hat der Motte wieder zurückschlagen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das hier ist jetzt eine sogenannte Gleitpassage. Und das ist funny, weil? Sex. Stop, 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 stop. Mach mal eine Choreografie. Du hast das verloren, du hast das verloren. Was denn? Tempo. Also den Zielhang, den überlebt er heute nicht. Das sage ich dir, da wird es ein Unterwikling mit diesen Skiern.